Am vergangenen Wochenende gab es schon Fußball im Max-Eicher-Stadion. Na gut, Fußball, Bubble Soccer zumindest. Bei einem Turnier für den guten Zweck ging es ordentlich zur Sache und natürlich wurden auch die Corona-Maßnahmen eingehalten, es wurde fleißig ausgewaschen und desinfiziert. Genau, es ist so, dass wir mit dem Bubble Soccer sowieso den Vorteil haben, dass man einen halben Meter in der Kugel hat, sprich jeder Spieler ist ein Meter und so mit den Plastikkugeln kommen sie sich nicht in die Quere. Es ist brütend heiß. Total, also ich bin wirklich stolz und froh, dass die Leute das alles mitmachen, trotz der Hitze. Weil ich glaube in der Kugel hat es sicher um die 45 Grad und das ist nicht einmal untertrieben. Ich glaube 45 Grad hat es hier heraus schon. Das glaube ich auch. Und in der Kugel ist es noch schlimmer. Aber wir schauen, dass wir das Turnier umbringen und dass wir relativ viel Geld zusammenkriegen, dass wir den Buben den Rollstuhlift ermöglichen. Du hast es gerade angesprochen, karitativer Zweck. Magst du das ein bisschen genauer ausführen? Genau, es ist so gewesen, dass die Mama von den Buben, um den es geht, der sitzt leider im Rollstuhl, hat eine seltene Muskelkrankheit. Und die sind halt auf mich zugekommen, weil aus und aus herumfällt sind sie. Und ich habe mir gedacht, dadurch, dass ich selber einen privaten Fall habe, was das auch betrifft und ich weiß, dass da vom Start relativ wenig Hilfe kommt, habe ich mich entschlossen, dass ich da einem Hilfe und dass ich das Bestmögliche raushole. Und ich glaube, mit so einem Turnier bringen wir schon einiges zusammen. Mit dabei waren auch zwei Mannschaften des American Football Teams Salzburg Ducks. Ich glaube, du bist als Footballer ja Kontakt gewöhnt. Sozusagen, ja. Aber das ist doch mit ein bisschen mehr Abstand. Ja, es ist auf jeden Fall eine Social Distancing Version von American Football. Könnte man quasi sagen nur, dass wir ohne Hände spielen, sondern eher mit den Füßen. Jetzt fällt er auf, dass ihr euch ja so ganz gut bewegt, aber kicken könnt ihr nicht. Ja, deswegen spielen wir das Fußball, was man mit den Händen spielt. Nein, die meisten Leute, die American Football spielen, sind natürlich dann nicht so kickerisch begabt. Deswegen schauen wir, dass wir unsere anderen Qualitäten unter Beweis stellen. Und ja, ich glaube, dass wir da ganz gut zusammenräumen können. Ja, die Prognose stimmt. Die Salzburg Ducks holten sich am Ende den Titel im Finale gegen die andere Mannschaft der Salzburg Ducks. Die gute Nachricht ist, der Rollstuhllift konnte bestellt werden. Es kam genug Geld zusammen. Danke Leute! Die Austria kann sich seit kurzem über einen neuen Partner freuen. Mit Makita ist eine echte Weltmarke mit an Bord. Herzlich Willkommen! Endlich geht's wieder los, Saisonstart Samstag 17 Uhr gegen den SV Grödig im Max-Eicher-Stadion. Tickets bitte auf ticketorganizer.eu im Vorverkauf sichern, die Kapazität ist begrenzt. Über die umfangreichen Corona-Maßnahmen bitte auch informieren und zwar auf der Austria-Website. Danke! Wir sehen uns! Wir sehen uns! Bis zum nächsten Mal! Wow! Untertitelung des ZDF, 2020